so dafür hast du schon wieder welche leuten da gelegt das ist nicht das dorf wo wir schon mal waren und das ist wieder was haben wir da rechts steht schon wieder auf jeder noch einer das schaffst du nicht ja aber da ist auch einer drinnen kreot so wie klar hast du denn jetzt getötet gerade am strand irgendwie alles es ist vor mir zu gefallen gerade und ich habe gerade meinen ersten wir dürfen wurde getötet also noch mehr ich muss gar nichts mehr leben keine ausdauer ja keine ausdauer ja das war mir klar das war mir klar dass das wie ich mir doch in der jahre ok ich wollte nämlich gerade wieder noch geht es aber die hinten du hast irgendwann welche die rüstung anhaben und 750 leben klingt der vorteil allerdings ist du hast keine rüstung an aber ich habe meine sachen ich kann auch gerade gar nichts tun weil ich stehe hier so rum ok ja ja ich kann die aber gerade angucken ich kann die hofer anwesern aber ich kann halt nichts machen gerade ich stehe hier so gut dass ich mein zeug eingeräumt habe dann kann es schon neu starten aber jetzt muss auch mal wieder eingesammelt werden das liegt mir auch noch da rum ich baue jetzt ich muss zurück ich muss zurück ja aber ich danke ich bin so halt nicht weg ach 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 ich bin so gut ach ach toll jetzt hört sich das spiel noch starten erst nicht ja ich habe das bett ausgewählt als da kann ich wieder aus so ich muss mal ganz kurz ich muss das dorf zurück ich liege verworfen ich mache und wenn da wäre okay hat sie die ganze katze es ist ja gott sei dank nicht weit sollte mich jetzt nur von den todis von welchen feinden der fester verhalten das geht hier ab ich bin unterwegs aber ich bin zufrieden ich muss mal kurz das ja ja ich laufe gerade zu müssen ich will so ganz komischen sollte zumindest freiwillig zu mir wollen ja die zu dir ich habe ja ich habe gar nichts ich muss mich also ich glaube es sind ein bisschen sehr ich werde übrigens schneller wenn du mal aus dem wasser rauskommen würdest das war zu einfach ach katze was ist das so ein vorteil für mich weil ich habe meine ruhe kannst du nicht mehr warum da ist ja so weit so wollte ich hätte gern mal zurück zurück hier vorne schuldigung ich hätte gern mal was zurück ja ich bin ich schon für sie nur ich will nur bei der ruhe gerade ich habe das macht ihr mal kaputt ich brauche gerade mal ein bisschen luft ja die schaffst ich gebe dir gleich ein bisschen schön ich brauche keine mal zurück dankeschön jetzt muss ich hier mal kurz eine leiche suchen das bin ich ich oder doch das bin ich heute ja und die stelle solltest du jetzt abbauen also du solltest dich jetzt muss aber abbauen sonst siehst du das die ganze zeit auf der karte ja also mit dem ist nichts besser ja erledigt oder ja ja hä nein hä was hast du da vorne ich bin dringgebackt ja ähm jetzt ja ja gut kann ich jetzt nochmal looten das interessiert mich jetzt ja gut ich habe sie ja super wie kann ich die wasser sagt für noch mal mit vier ne ja du brauchst sie einfach nur auswählen und das wasser geht habe ich schon gemacht alles hat gepasst muss aber in deinem rat sein ja ja habe ich doch das habe ich doch so machen wir noch ein halbes stündchen dann machen wir Feierabend für heute also quasi die noch 10 und dann noch eine und dann haben wir es hier sind noch mehr Silbermünze hier ist noch eine Silbermünze brauchen wir die komische schwarze und rot-grünen Kugeln ne ne brauchen wir es noch nicht ok dann nehmen wir trotzdem die Silbermünze mit das war das Ganze ha oh eine Stahlsichel ein Eisenpickel wow ja brauchen wir nicht ok dann will ich damit so 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 kannst du ganz gut eventuell gebrauchen könnten hier ist noch eine Kiste zweiter Kisten ist das hier ein Kaktuswein ein Kaktuswein auch mal nicht ich will ein Kaktuswein trinken und lass mich in Ruhe so haben wir noch irgendwas in meiner Kiste versteckte Kiste die ich jetzt mal sehen habe auf die Eile das sieht total appetitlich aus hier aber er würde da nicht gerne von essen eine Samenssuche das klingt so falsch so gib mir nicht auf mich brauchen ich hoffe ich hoffe ich habe keine ja ein Königreich war eine Schaufel ich habe sie ja die findest du näher in den Treibgut ich hoffe die auch dein eigenes Grab Ausrüstung gefunden geerdete Stahl Deutsche wie kann ich ich habe hier noch so drei Aufgabe für die von der Mission wie kann ich denn zum Beispiel die Götter die Götter verehrten und die das heißt leichte Rüstungsteile anlegen dann musst du alles herstellen also leichte Rüstungszahl kannst du auch finden allerdings kann ich das jetzt auch gleich herstellen und Götter verehrten musst du ein Altar bauen ich könnte mal eine Kopfbedeckung gebrauchen ich weiß ja das irgendwie kann es schon warum hä warum darum das war für jeden das ist doch normalerweise noch so ein Grab was ist das jetzt nicht das ist doch denn das ist schon das ist doch das ist doch wichtig das ist so das ist doch wievölk gepackt bist du? 76 prozent 70 aber jetzt ist es noch unterwegs die ledertaschen abbreiten ja wenn möglich so 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 ... Was haben wir denn hier noch? Ich will es weiter mit was? Ich will es weiter mit Du hast sand ich bin auf dem rückweg gesagt ich hatte mich da war so ein boot was gekippt ist und da bin ich hochgesprungen und da habe ich mich quasi melding und die decke die katze die flotten faser jedenfalls wir noch ein paar verbände machen müssen ich brauche keine verbände schon wieder nachher aloe vera ich nehme das mal nur mich greifen hier die handtaschen an macht doch welche draus ich habe noch nur das ist vor daneben verwende ich brauche verwende ich komme jetzt wieder zurück ich sehe schon gleich die meldung zu weitermost entfernt selber schön wenn du dich immer wieder von mir entfernt wenn du nicht zuhörst das wir mal einkaufen mit dir läufst du mal weg und trotzdem kommst du wieder zurück ich bin ja schon fast wieder da schattenflüten oh nein so ich damit So, das ist das Rundi Torf, das ist das zweite Rundi. Okay. Okay. Ich lege mich doch an den Marsch. Ich höre schon wieder und die kommt. Oh. Und die Tod. Und die Tod. Und die Tod.